Herzlich willkommen bei der Juniorwahl. Ihre Schule nimmt an der Juniorwahl teil und wir möchten Ihnen mit diesem Fortbildungsvideo detailliert erläutern und vorstellen, was notwendig ist, um das Projekt umzusetzen und welche Hilfestellungen und Materialien Sie von uns erhalten. Hierfür stehen folgende Kapitel zur Verfügung. Erstens Hintergründe und Konzeption. Zweitens Ablauf. Drittens Unterricht. Viertens Wahlakt. Fünftens Öffentlichkeit. Sechstens Auswertung. Die Kapitel können Sie sich entweder automatisch nacheinander anschauen oder gezielt einzeln aufrufen. Kapitel Hintergründe und Konzeption. Seit 1999 wird die Juniorwahl bundesweit zu Europawahlen, Bundestagswahlen und Landtagswahlen durchgeführt und hat damit in Deutschland eine lange Tradition als Best-Practice-Projekt zur politischen Bildung. Im Jahr 2009 waren es beispielsweise bundesweit über 1000 Schulen mit über 250.000 Jugendlichen und weltweit beteiligten sich sogar deutsche Auslandsschulen. Damit zählt die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in Deutschland. Neben Schirmherrschaften von Bundespräsidenten und Landtagspräsidenten wird die Juniorwahl seit vielen Jahren bei Landtagswahlen von Landtagen, Kultusministerien und den Landeszentralen für politische Bildung unterstützt. Bei Juniorwahlen parallel zu Bundestagswahlen unterstützen die Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesministerien und von Beginn an verschiedene Stiftungen wie die gemeinnützige Hertie-Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die Heinz-Nixdorf-Stiftung und die Stiftung Mercator das Projekt. Träger der Juniorwahl ist der gemeinnützige und überparteiliche Cumulus e.V., der 1998 in Berlin gegründet wurde. Seitdem engagiert sich der Verein mit verschiedenen gesellschaftspolitischen und kulturellen Projekten und ist Ausdruck einer verantwortungsbereiten Bürgergesellschaft. Mehr zum Engagement des Vereins finden Sie im Internet unter www.cumulus.de. Entstanden ist die Juniorwahl im Jahr 1999 durch eine Anregung von Professor Jürgen Falter, als er bei der Talkshow von Sabine Christiansen über seine Erfahrungen mit dem Projekt Kids Voting in den USA sprach. Es wird nicht selbstverständlich Demokratie vorgelebt, wie ich das aus den USA kenne, als meine eigenen Kinder dort in der Schule waren, wo die Kinder bei der Präsidentenwahl mitwählen durften als Sechsjährige in einem sogenannten Straw Poll, wo alle schon eingeübt worden sind in bestimmte demokratische Dinge. Und was denkt Professor Falter heute über seinen Impuls von damals? Ach, das sind schöne, glückliche Zeiten gewesen. Nicht für mich speziell, sondern da waren noch relativ viele Leute an solchen Talkshow-Formaten interessiert. Da wurde sehr ernsthaft auch diskutiert. Es waren zwischen vier und sieben Millionen Menschen, die an einem Sonntagabend, das muss man sich mal vorstellen, dieser Mutter aller Talkshows zugeschaut haben. Und wo doch manches ernsthafte Wort dann gewechselt worden ist, wo man auch mal einen Vorschlag machen konnte, der dann als Stein ins Wasser geworfen, nicht nur kleine Wellen produziert hat, sondern tatsächlich auch etwas rausgekommen ist dabei, beispielsweise die Idee der Juniorwahl, die ich damals geboren habe. Also ich hoffe, dass die Juniorwahl in 2019 oder 2020 dann so flächendeckend arbeiten kann, wie das in den USA geschieht mit dem Kids Voting. Das ist ja keine eigene Idee, die ich geboren hatte damals bei Christiansen, sondern ich habe sie transportiert und dann haben sie sie aufgegriffen. Aber dass diese Idee dann so weit greift, dass wirklich eben nicht nur Tausende, sondern Zehntausende, Hunderttausende von Schülern diese selbstverständliche Einübung in Demokratie mitkriegen. Man kann nicht früh genug anfangen, das kann nicht selbstverständlich genug sein, sodass die Spielregeln, die Selbstverständlichkeit von Demokratie in jedem drin sitzt. Die Juniorwahl beruht auf einem Zwei-Säulen-Prinzip. Auf der einen Seite sind es die Lehrerinnen und Lehrer, die den Unterricht vorbereiten und durchführen. Auf der anderen Seite sind es die Schülerinnen und Schüler, die den Wahlakt organisieren. Der Wahlakt selbst ist zwar der Höhepunkt, aber der Schwerpunkt liegt in der politischen Bildung, das heißt in der unterrichtlichen Vor- und Nachbereitung. Die Verbindung beider Säulen liegt darin, dass am Ende des Unterrichts keine Klassenarbeit geschrieben wird, sondern der Wahlakt stattfindet. Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die durch den Unterricht das eigentliche Fundament der Juniorwahl als Projekt der politischen Bildung bilden. Das Projekt bietet hierfür die organisatorischen Hilfestellungen an. Zum einen erhalten Sie mit speziellen Unterrichtsmaterialien Anregungen und Ergänzungen für Ihren Unterricht und zum anderen bekommen Sie von den Organisatoren die Grundlage für eine reibungslose Umsetzung des Wahlaktes mit sämtlichen Materialien für die Durchführung Ihrer Juniorwahl geliefert. Letztendlich wird die Juniorwahl in der Schule durch das Zusammenspiel zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern lebendig. Und so sind es auch die Schülerinnen und Schüler, die im Mittelpunkt der politischen Bildung stehen. Im ersten Schritt geht es um die Vorbereitung. Hier steht die unterrichtliche Behandlung des Themas Wahlen und Demokratie mit Gruppenaufgaben, Planspielen, speziellen Arbeitsmaterialien und gezielten Hausaufgaben im Vordergrund. Dabei wird ein Lernprozess in Gang gesetzt, der mehr politisches Wissen bei den Jugendlichen generiert. Sie werden für das aktuelle politische Geschehen sensibilisiert und der Projektansatz fördert deutlich politische Diskussionen, auch in den Familien. Auf diese Weise eignen sich die Jugendlichen politische Kenntnisse und demokratische Fähigkeiten an. Konzeptionell steht anschließend der Wahlakt auf dem Stundenplan. Hier werden die Schülerinnen und Schüler als Wahlhelfer eingesetzt, bilden einen Wahlvorstand, richten den Wahlraum ein und weisen ihre Mitschüler ein. Im Kern geht es um das Kreuz auf dem Stimmzettel. Der dabei entstehende Lernprozess fördert die Willensbildung und das Üben, Entscheidungen zu treffen. Prinzipiell mündet damit der Unterricht nicht in einer Klassenarbeit, sondern in einer Wahl, in einer Entscheidung. Als Lerneffekt entsteht ein fundierter Meinungsbildungsprozess. Zum Schluss steht die Nachbereitung auf dem Plan. Hier geht es um die Betrachtung der Wahlergebnisse von Juniorwahl und eigentlicher Wahl und deren Auswirkungen auf die Zukunft. Der Lerneffekt dabei ist, dass die Jugendlichen positiv erfahren, wie es ist, ein Teil der Nachrichten zu sein. Dies hat zur Folge, dass sie auf diese Weise das politische Gestalten und die demokratische Teilhabe hautnah miterleben. Und das ist auch das Prinzip der Juniorwahl. Durch das Aneignen politischer Kenntnisse, durch das Üben politischer Meinungsbildung und durch das Erleben politischen Gestaltens soll ein Beitrag zur politischen Sozialisation von Jugendlichen geleistet werden. Wissenschaftlich wurde das Projekt mehrfach begleitet. Dazu zählen Untersuchungen aus den USA zu der vergleichbaren Initiative Kids Voting von der Universität Stanford oder die Begleitstudie der Universität Stuttgart zur Juniorwahl in Baden-Württemberg 2002. Dabei wurden interessante Erkenntnisse gewonnen. Zum einen wurde nachgewiesen, dass sich die Zahl der jungen Zeitungsleser verdreifachte, dass mehr politische Diskussion in den Familien entsteht und sich sogar die Wahlbeteiligung der beteiligten Eltern nachweislich durchschnittlich um vier, teilweise sogar um bis zu neun Prozent erhöht hat. Also ich habe Rückmeldung von Eltern, dass zu Hause Schüler nachfragen, dass sie ihre Eltern löchern teilweise, um mehr zu erfahren über Parteien, über Parteiprogramme oder auch was haben Politiker gemacht in den letzten vier Jahren und dass viel mehr Diskussionen auch in den Familien stattfindet. Und ich habe beispielsweise, also ich weiß es, bei der letzten Juniorwahl, als wir dann nachher in der Schulkonferenz zusammensaßen mit den Eltern, dass hier die Eltern begeistert erzählt haben, wie plötzlich das Elternhaus politisch aktiv wurde. Und was schließlich auch ein wichtiger Indikator ist, ist, dass 80 Prozent der Jugendlichen für eine Wiederholung der Juniorwahl sind, was zeigt, dass ihnen das Projekt Spaß macht und man sie mit der Juniorwahl erreicht. Kapitel 2 – Ablauf Der eigentliche Ablauf der Juniorwahl ist recht einfach. Im Unterricht werden die Schüler von den Lehrerinnen und Lehrern zunächst inhaltlich auf die Wahl vorbereitet. Dazu stehen verschiedene Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Danach bestimmen die Schüler eigenhändig Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Klassen, die im weiteren Verlauf für die Organisation und Durchführung der Wahl im eigenen Klassenverband oder sogar im Wahlvorstand der Schule verantwortlich sein werden. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält dann seine persönliche Wahlbenachrichtigung, die am Wahltag zusammen mit dem Schülerausweis oder dem Personalausweis mitgebracht werden muss. Wahlberechtigt sind selbstverständlich alle Schülerinnen und Schüler der Schule. Am Wahltag selbst achtet nun der Wahlvorstand darauf, dass jeder Schüler im Wählerverzeichnis eingetragen ist und somit für die Wahl zugelassen ist. Ist dies geschehen, geben die Schülerinnen und Schüler ihre Stimme ab. Dies geschieht entweder als Online-Wahl über das Internet oder klassisch als Papierwahl. Das Gesamtergebnis wird dann am Wahlsonntag um 18 Uhr auf der Internetseite der Juniorwahl veröffentlicht. Damit die Juniorwahl auch bei Ihnen reibungslos ablaufen kann, gehen Sie wie folgt vor. Im ersten Schritt legt Ihre Schule eine Projektleitung fest. Sie ist auch der Hauptansprechpartner für die Kommunikation zwischen den Organisatoren und Ihrer Schule. Abhängig von der Anzahl teilnehmender Klassen und Kurse besteht die Projektleitung aus einer oder mehreren Personen, für die es gilt, zwei Aufgabenbereiche abzudecken. Auf der einen Seite gibt es dabei die Funktion der Unterrichtskoordination, die zuständig für Möglichkeiten und Sicherstellung der unterrichtlichen Behandlung ist, und auf der anderen Seite steht die Wahlkoordination, die für die Organisation des Wahlaktes zuständig ist. Die Unterrichtskoordination übernimmt die Aufgabe, die Möglichkeiten der unterrichtlichen Behandlung mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern abzusprechen. Dies ist ein Bereich, der beispielsweise für die zuständige Fachlehrerin bzw. den zuständigen Fachlehrer geeignet ist. Die Wahlkoordination hat die Aufgabe, den Wahlakt zu organisieren und dabei die Schülerinnen und Schüler als Wahlhelfer einzubinden. Die Funktion der Wahlkoordination kann bestenfalls auch vollständig von Schülerinnen und Schülern übernommen werden, die die weiteren Absprachen mit ihren Mitschülern im Wahlvorstand und den Wahlhelfern koordinieren. Aus organisatorischer Sicht verfügt Ihre Schule somit dann über eine klare Organisationsstruktur mit klar verteilten Zuständigkeiten und einem Ansprechpartner, an den sich die Organisatoren der Juniorwahl wenden können. Damit wir Ihnen alle notwendigen Materialien zur Verfügung stellen können, benötigen wir die entsprechenden Angaben Ihrer Schule. Dafür übermitteln wir an Ihre E-Mail-Adresse einen Link zu einem Formular, auf dem Sie alle notwendigen Angaben machen können. Hier tragen Sie ein, wie viele Unterrichtsbücher Sie benötigen bzw. wie viele Lehrkräfte sich an der Juniorwahl beteiligen, welche Klassen und Kurse mitmachen, damit Sie die Wahlunterlagen in Klassensätzen erhalten, ob Sie eine Papierwahl oder Onlinewahl durchführen möchten und ob die Teilnahme Ihrer Schule genannt werden darf. Sämtliche Teilschritte sind in einer Anleitung nochmals erläutert, sodass keine Fragen offen bleiben werden. Sie können Ihre Angaben nachträglich auch noch abändern, falls noch weitere Klassen oder Kurse an der Juniorwahl teilnehmen möchten oder Sie Klassensätze stornieren müssen. Auf Basis Ihrer Angaben senden wir Ihnen dann Ihr individuelles Wahlpaket zu, das alle Materialien enthält, die Sie für die Durchführung der Juniorwahl benötigen. Kapitel 3 Unterricht Entsprechend der Anzahl teilnehmender Lehrerinnen und Lehrer erhalten Sie spezielle Unterrichtsbücher für die anstehende Wahl. Diese verstehen sich als Anregung und Ergänzung zu Ihren bereits vorhandenen Unterrichtseinheiten und Erfahrungen. Das Inhaltsverzeichnis erlaubt Ihnen einen ersten schnellen Überblick über das Angebot. Die Materialien selbst sind nach einem Bausteinprinzip aufgebaut und grundsätzlich handlungsorientiert ausgerichtet. Zunächst finden Sie Einstiege in die Thematik. Diese ermöglichen einen guten Zugang zu den Inhalten und eine Sensibilisierung Ihrer Schülerinnen und Schüler für das Thema Demokratie und Wahlen. Baustein A beschäftigt sich mit den Grundlagen der anstehenden Wahl. Hier gibt es Materialien zum Wahlsystem, dem Wahlrecht, Wahlrechtsgrundsätzen oder Beteiligungsmöglichkeiten in der Demokratie. Baustein B dient dann der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Parteien und den Kandidaten zur anstehenden Wahl. Hierzu zählen beispielsweise die Auseinandersetzung mit Wahlplakaten oder den Themen des Wahlkampfes. Baustein C beschäftigt sich abschließend mit der Wahlanalyse. Damit wird die Möglichkeit geboten, das Wahlergebnis der Juniorwahl und der regulären Wahl zu reflektieren. Das Prinzip ist, dass eine Unterrichtseinheit stets auf einer Doppelseite vorgestellt wird. Neben einer Kurzübersicht mit dem Thema, dem Inhalt, der Methode und der Zeitdauer finden Sie auch einen visuellen Anforderungsbereich, der verdeutlicht, welche Vorkenntnisse Ihrer Lerngruppe für die jeweilige Unterrichtseinheit notwendig sind. Neben der didaktischen Perspektive und einer Kurzübersicht zum Unterrichtsverlauf finden Sie auch eine Übersicht über die Materialsammlung der Arbeitsblätter, die sich auf der beiliegenden CD-ROM in Form von PDF-Arbeitsblättern befindet. Zum Zugriff auf die Arbeitsblätter legen Sie die CD-ROM in Ihren Computer ein und starten Sie mit juniorwahl.html. Analog zum Aufbauprinzip des Unterrichtsbuches können Sie dort auf die verschiedenen Bausteine bzw. konkreten Unterrichtseinheiten zugreifen und sich die Arbeitsblätter herunterladen und ausdrucken. Zudem steht Ihnen beim Öffnen der CD ein direkter Ordner mit den PDF-Arbeitsblättern zur Verfügung, die gemäß der Nummer der Unterrichtseinheiten aufgelistet sind. Grundsätzlich sind Sie bei den Materialien gefordert, entsprechend der Möglichkeiten und Kenntnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler eine geeignete Auswahl zu treffen. Das Material selbst ist so konzipiert, dass es bereits ab Klassenstufe 7 und damit auch außerhalb der Rahmenpläne eingesetzt werden kann. Erfahrungen zeigen, dass ca. 60% der beteiligten Lehrkräfte drei bis vier Wochen vor dem Wahlakt mit der thematischen Auseinandersetzung im Unterricht beginnen. Durchschnittlich werden dabei insgesamt vier bis acht Schulstunden verwendet. Hauptsächlich wird das Thema dabei im Sozialkunde- bzw. Politikunterricht behandelt. Auch eine fächerübergreifende Behandlung im Deutschunterricht, wo beispielsweise Wahlplakate analysiert werden, oder auch dem Mathematikunterricht, wo das Wahlergebnis mit Sitzverteilung berechnet wird, ist möglich. Vereinzelt wird die Juniorwahl auch für Projekttage oder eine Projektwoche genutzt. Viele Schulen organisieren zudem Podiumsdiskussionen mit Politikerinnen und Politikern, besuchen den Landtag oder stellen Wandzeitungen her. Ergänzend zu dem Unterrichtsbuch erhalten Sie weiterführende Links zu anderen Angeboten für den Unterricht und Informationsquellen, die Sie entsprechend Ihres Bedarfs nutzen und einsetzen können. Insbesondere bietet der Wahl-O-Mat eine ideale Ergänzung für den Unterricht, um sich mit den aktuellen Themen und Parteien auseinanderzusetzen. Kapitel 4 Wahlakt Für den Wahlakt erhalten Sie sämtliche Materialien und Hilfestellungen, um entsprechend der geltenden Wahlrechtsgrundsätze die Wahl in Ihrer Schule organisieren zu können. Es gibt Beispiele, wo dank der Vorbereitung durch die Juniorwahl die Schülerinnen und Schüler sogar bei der richtigen Wahl als Wahlhelfer eingesetzt wurden. Wir haben 500 Schüler eingesetzt bei der Auszählung der Stimmen am Wahlsonntag. In Bremerhaven waren es auch nochmal 500. In Bremerhaven ist sogar die ganze Auszählung der Stimmen durch Schüler erfolgt. Die Wahlmaterialien bestehen aus den Klassensätzen mit den Wahlunterlagen und dem Wahlordner, in dem sie sämtliche Hilfestellungen für die Wahl finden. Bei einer Online-Wahl erhalten Sie eine Wahlbox mit PIN und TAN, mit der Sie an Ihrer Schule die Wahl am Computer durchführen können. Haben Sie sich für eine Papierwahl entschieden, erhalten Sie eine Wahlurne und Stimmzettel. Zusätzlich bekommt jede Schule noch Wahlkabinen und Juniorwahlplakate. Da Sie den Organisatoren mitteilen, welche Klassen und Kurse sich an der Juniorwahl beteiligen, erhalten Sie Klassensätze mit abgezählten Wahlunterlagen. In diesen Klassensätzen befinden sich Blanco-Wahlbenachrichtigungen, ein Blanco-Wählerverzeichnis und eine Anleitung, wie die Wählerverzeichnisse anzulegen und die Wahlbenachrichtigungen von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern auszufüllen sind. Organisatorisch wird empfohlen, dass diese Klassensätze von der Projektleitung zunächst an die jeweiligen Klassenlehrer weitergegeben werden. In den Klassen werden dann Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ernannt, die die Klassensätze erhalten, das Wählerverzeichnis anlegen, die Wahlbenachrichtigungen ausfüllen und sie schließlich ihren Mitschülern übergeben. In jedem Fall wird empfohlen, dass sich die Wahlleitung einmal mit allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern trifft, um die Details für die Wahlwoche zu besprechen und die notwendigen Vorbereitungen für den Ablauf der Wahl und die Einrichtung des Wahlraums in die Wege zu leiten. Um entsprechend den Wahlgrundsätzen wählen zu können, erhält ihre Schule zwei Wahlkabinen, die bei der Online-Wahl jeweils um die Computer herumgestellt werden können bzw. bei der Papierwahl auf einen Tisch gestellt werden. Diese haben eine optimale Tiefe und ermöglichen eine geheime Stimmabgabe. Gleichzeitig erhält ihre Schule mehrere Juniorwahlplakate, die an verschiedenen Orten im Schulgebäude platziert werden können und die Aufmerksamkeit in der Schule unterstützen sollen. Speziell für den Wahlraum ist das Plakat gedacht, das noch einmal die notwendigen Schritte für die Abgabe der Stimme am Computer bei der Online-Wahl erläutert und daher gut sichtbar aufgehangen werden sollte. Erfahrungen zeigen, dass ein Klassenverband von ca. 30 Schülern ungefähr die Zeit einer Schulstunde benötigt, bis der Wahlakt vollständig abgeschlossen ist. Grundsätzlich wird ebenfalls empfohlen, dass die Klasse bzw. der Kurs immer in Begleitung der Lehrerinnen oder des Lehrers wählen gehen sollte. Außerdem ist es unbedingt sinnvoll, die Juniorwahl möglichst zeitnah zur echten Wahl, d.h. in der Woche vor dem eigentlichen Wahlsonntag durchzuführen. Sollte es bei Ihnen aus organisatorischen Gründen, z.B. wegen Klausuren, Praktika oder Klassenfahrten notwendig sein, früher zu wählen, so ist dies auch selbstverständlich möglich. Neben den bereits beschriebenen Materialien erhalten Sie einen Wahlordner, in dem Sie weitere Hilfestellungen für die Organisation der Juniorwahl finden, die wir Ihnen im Folgenden Einzelnen vorstellen möchten. Zunächst finden Sie einen Informationszettel für die Wahlkoordination. Dort werden noch einmal detailliert die anstehenden Aufgaben erläutert. Dies beinhaltet zum einen die Weitergabe der Klassensätze mit den Wahlbenachrichtigungen, zum anderen finden Sie auch Hinweise für mögliche Themen des Vorbereitungstreffens mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, wer z.B. den Schlüssel für den Wahlraum hat, wer den Wahlvorstand bildet oder wer den Wahlraum einrichtet. Um später die Wahlbeteiligung an Ihrer Schule zu ermitteln, erhalten Sie eine Übersichtsliste. Dort finden Sie zunächst die Anzahl der Schüler pro Klasse, die Sie ursprünglich an die Organisatoren übermittelt haben. In einem weiteren Feld ist dann die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einzutragen, die schließlich vor Ort am Wahltag in das Wählerverzeichnis eingetragen wurden. Um letztendlich die Wahlbeteiligung zu ermitteln, sind in der letzten Spalte die tatsächlich abgegebenen Stimmen einzutragen. Diese Liste sollte unbedingt in der Wahlwoche geführt werden, da diese Daten später bei der Ergebnisübermittlung eingetragen werden müssen. Ihrem Wahlordner ist ebenfalls eine Wahlniederschrift beigefügt, die vom Wahlvorstand in der Wahlwoche geführt werden muss. Auch hier müssen noch einmal die Angaben zur Wahlbeteiligung übertragen werden. Nach Abschluss der Wahl wird diese Wahlniederschrift mit dem beigefügten Umschlag zurückgesandt. Die Wahlniederschrift ist das einzige Dokument, das Sie an die Organisatoren zurückschicken. Zu Ihrer Information finden Sie in dem Wahlordner auch das Informationsblatt, das die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Klassensätzen finden. Hiermit erhalten Sie noch einmal einen Einblick in deren Aufgabenbeschreibung. Um in der Wahlwoche die Wahlbenachrichtigungen und die Wählerverzeichnisse zu sammeln, ist jeweils ein Sammelumschlag beigefügt. Nach Beendigung der Wahl bleiben sowohl die Wahlbenachrichtigungen als auch die Wählerverzeichnisse in der Schule und werden zu gegebener Zeit vernichtet. Weiterhin sind vergrößerte Stimmzettelvorlagen enthalten, die dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern nochmals die gesamte Möglichkeit der Stimmenverteilung zu verdeutlichen. Diese sollten daher zum einen beim Wahlvorstand ausgelegt und zum anderen direkt in die Wahlkabinen gehangen werden. Abschließend befindet sich in dem Wahlordner ein Klassensatz mit Ersatzwahlbenachrichtigungen. Diese sind für den Fall beigelegt, dass spontan weitere Schüler oder sogar eine weitere Klasse an der Juniorwahl teilnehmen möchte, womit sie kurzfristig reagieren können. Wenn sie eine Papierwahl durchführen, dann wird der Wahlordner durch eine Anleitung ergänzt, die verdeutlicht, wie sie die Wahlurne aufstellen müssen. Hierfür erhalten sie auch ein Wahlurnensiegel, um die Wahlurne während des Wahlaktes sicher verschließen zu können. Nach Beendigung ihrer Papierwahl müssen sie das Gesamtergebnis an die Organisatoren übermitteln. Hierfür steht ihnen zunächst als Hilfe eine Auszählungsliste in Papierform zur Verfügung, die sie im Wahlordner finden. Auf dieser Liste befindet sich ein personalisierter Link, mit dem sie dann abschließend das Ergebnis ihrer Schule online über ein personalisiertes Formular an die Organisatoren übermitteln. Das Ergebnis ihrer Juniorwahl muss uns bis spätestens 18 Uhr am Freitag vor dem Wahlsonntag übermittelt worden sein, damit es in das Gesamtergebnis einfließen kann. Bitte beachten sie, dass den Organisatoren stets nur die Zweitstimme übermittelt wird, da nur sie für die Juniorwahl ausgewertet wird. Da mitunter nicht alle Wahlkreise gleich stark vertreten sind, wird seitens der Organisatoren auf eine Auswertung der Erststimme verzichtet, sodass diese Ergebnisse vor allem schulintern genutzt werden. Wenn sie sich für eine Online-Wahl entschieden haben, da der Wahlakt als Online-Wahl über ihre Schulcomputer durchgeführt wird, ist es sinnvoll, zuvor zu überprüfen, ob die Wahl dort problemlos durchgeführt werden kann. Grundsätzlich sind bei der Online-Wahl keine Installationen notwendig, da die Wahl lediglich über den normalen Browser abläuft. Das Prinzip der Online-Wahl ähnelt dem PIN- und TAN-Verfahren des Online-Bankings. Der Wahlvorstand schaltet mit den PIN-Codes den Wahlcomputer frei, anschließend können die wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler einen TAN-Code ziehen und ihre Stimme abgeben. Mit den Wahltest Unterlagen können sie diesen Ablauf simulieren. Eine detaillierte Beschreibung führt sie durch die einzelnen Schritte. Den Test können sie auch dazu nutzen, mit den Wahlhelfern beim Vorbereitungstreffen den Ablauf der elektronischen Wahl durchzugehen. Wir möchten sie darauf hinweisen, dass sie mit dem Wahltest möglichst die Computer Testen sollten, an denen später auch die Junior Wahl durchgeführt wird. Um die notwendigen Schritte für das Freischalten des Online-Systems und letztlich auch die Ermittlung des Wahlergebnisses zu verdeutlichen, ist zudem ein Handbuch beigelegt, das ihnen die einzelnen Schritte detailliert erläutert. Um kurzfristig bei Ausfall ihres Computersystems reagieren zu können, erhalten sie zudem eine Kopiervorlage für Papierstimmzettel, damit sie bei Bedarf die Wahl auch klassisch als Papierwahl weiterführen können. Die abschließbare Wahlbox erlaubt ihrer Schule die sichere Aufbewahrung der Online-Wahlmaterialien und sollte daher bis zur Wahlwoche auch gut verschlossen bleiben. In der Wahlbox befinden sich drei PIN-Codes. Einer dient zur Sicherheit, die anderen beiden werden auf zwei Personen des Wahlvorstandes verteilt. Der Wahlvorstand kann mit den PIN-Codes die benötigte Anzahl an Computern freischalten. Entsprechend der Anzahl der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler befinden sich weitere TAN-Codes oder auch Wahlschlüssel genannt in der Wahlbox. Mit den beiden PIN-Codes wird das Wahlsystem freigeschaltet. Theoretisch ist dies an beliebig vielen Orten und beliebig vielen Computern möglich. Seitens der Organisatoren wird empfohlen, maximal zwei Computer in einem Wahlraum freizuschalten, da es ansonsten im Wahlraum zu unübersichtlich und unruhig werden könnte. Es ist für die Online-Wahl keine Installation von Software notwendig. Sie rufen über den Browser die Internetadresse www.juniorwahllokal.de auf. Damit melden Sie sich an Ihrem eigenen Wahlbereich für Ihre Schule mit eigener Urne an. Anschließend haben Sie drei verschiedene Optionen. Sie können die Wahl für die Schüler freischalten, den Statusmonitor freischalten oder die Wahl beenden und auszählen. Um das Wahlsystem für Ihre Schüler freizuschalten, werden Sie zunächst aufgefordert, die Tastatur beiseite zu legen, da die Wahl ausschließlich mit der Maus durchgeführt wird. Die Schüler können dann jeweils ihre Stimmabgabe mit dem zuvor beim Wahlvorstand gezogenen Wahlschlüssel durchführen. Hierfür geben Sie den TAN-Code ein, wählen Ihre Stimme aus, bestätigen Sie und schließen die Wahl ab, sodass der nächste Wahlberechtigte seinen Wahlschlüssel eingeben kann. Für diesen Ablauf steht auch noch einmal ein spezielles Schüler-Video zur Verfügung, das detailliert und schülernah auf die Wahl einstimmt, den Ablauf im Wahlraum und die Durchführung der Online-Wahl erläutert. Bitte achten Sie darauf, dass der Wahl vorgeführt wird, damit Sie optimal auf den Wahltag vorbereitet werden. Unter der Option Status Monitor freischalten erhält der Wahlvorstand die Möglichkeit, den Eingang der Stimmen in der elektronischen Wahlurne zu überprüfen. Hierfür muss ein weiterer Computer für den Wahlvorstand freigeschaltet werden. In einer Statuszeile wird angezeigt, wie viele Stimmen bereits eingegangen sind. Diese Option sollte während der Wahl unbedingt zur Kontrolle genutzt werden. Mit der Option Wahl beenden und auszählen kann der Wahlvorstand nach der vollständigen Beendigung der Wahl das Wahlergebnis der Schule ermitteln. Achten Sie darauf, dass diese Option nicht versehentlich während der Wahl genutzt wird, da anschließend das Wahlsystem gesperrt und eine Stimmabgabe nicht mehr möglich ist. Wenn Sie in der Wahlwoche den Wahlgang unterbrechen möchten, müssen Sie lediglich den Browser schließen und den wieder neu freischalten. Den aktuellen Wahlvorgang unterbrechen Sie vorläufig, indem Sie auf Beenden klicken oder einfach das Fenster Ihres Browsers schließen. So kann die Online-Wahl auch an mehreren Tagen und mit großen Pausen zwischen den einzelnen Wahldurchgängen durchgeführt werden. Wir möchten Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass sich aus Sicherheitsgründen das Wahlsystem bei einer Inaktivität von einer Stunde automatisch abmeldet. Sollten Sie diese Zeit überschreiten, müssten Sie den Computer erneut freischalten. Haben alle Jugendlichen ihre Stimme abgegeben, wählen Sie die Option Wahl beenden und auszählen, um Ihr Schulergebnis zu erhalten. Sie werden nun aufgefordert, die Anzahl der tatsächlich stimmberechtigten Jugendlichen zu übertragen, um die Wahlbeteiligung an Ihrer Schule zu ermitteln. Nutzen Sie hierzu die Übersichtsliste, die sich im Wahlordner befindet und die während der Wahlwoche vom Wahlvorstand ausgefüllt wurde. Anschließend bekommt der Wahlvorstand das Endergebnis der Schule angezeigt und kann es sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken und der Wahlniederschrift beifügen. Ihr Ergebnis wird den Organisatoren automatisch übermittelt und sie müssen danach keine weiteren Schritte mehr unternehmen. Da zum Teil schon für die tatsächliche Wahl wahlberechtigte Schülerinnen und Schüler an der Juniorwahl teilnehmen, ist das Projekt von den Innenministerien der Ländern dazu verpflichtet, das Ergebnis der Juniorwahl erst am Wahlsonntag um 18 Uhr bekannt zu geben. Gleiches gilt für den Wahlvorstand der Schule, der das eigene Schulergebnis auch erst am Wahlsonntag um 18 Uhr veröffentlichen darf. Kapitel Öffentlichkeit Die Erfahrungen zeigen, dass das Projekt auf sehr reges Interesse der lokalen und regionalen Medien stößt. Und dabei sind es vor allem die Schulen selbst, die Kontakt mit der ansässigen Presse aufnehmen und so dazu beitragen, dass ihr Engagement und ihre Juniorwahl auf eine positive Weise in die Öffentlichkeit getragen wird. Dabei sind es die Jugendlichen, die im Vorfeld der Wahl eine Art Vorbildfunktion für ihre Eltern einnehmen. 90% sind keine Seltenheit und damit natürlich auch eine Motivation für die Schülerinnen und Schüler, da sie mit der Juniorwahl Teil der Berichterstattung werden. Nutzen also auch sie die Möglichkeit mit der Juniorwahl in der Öffentlichkeit ein positives Signal zu schaffen. Verfassen sie mit ihren Schülern im Unterricht zum Beispiel eine eigene Pressemitteilung zu ihrer Juniorwahl und machen auf ihr Engagement aufmerksam. An Angaben, die sie an die Juniorwahl übermitteln streng vertraulich behandelt werden. Bei dem Bestellformular, mit dem sie ihr Wahlpaket anfordern, werden sie nach ihrem Einverständnis gefragt, ob die Teilnahme ihrer Schule genannt werden darf, um im Fall von Presseanfragen reagieren zu können. Wir geben nach ihrer Zustimmung hierzu selbstverständlich nur den Namen ihrer Schule heraus. Es werden keine weiteren Daten an Dritte übermittelt. Kapitel Auswertung Grundsätzlich wird in der Öffentlichkeit nur ein Gesamtergebnis bekannt gegeben, das am Wahlsonntag um 18 Uhr unter www.juniorwahl.de zu finden ist. Einzelergebnisse der Schulen werden dabei prinzipiell im Internet nicht veröffentlicht. Alle beteiligten Schulen erhalten aber für die Nachbereitung und Transparenz eine Ergebnis Übersicht, in der sämtliche Einzelergebnisse aufgeführt werden. Dabei werden jedoch keine Schulnamen angegeben, sondern es ist lediglich die Zuordnung zum Wahlkreis gegeben. Wenn Sie bei der Bestellung der Materialien zu Projektbeginn angegeben haben, dass Sie die Teilnahme Ihrer Schule nicht öffentlich machen möchten, werden Sie hier unter Übrige Ergebnisse aufgeführt. Wie die Schule selbst mit ihrem eigenen Ergebnis umgeht, wie sie es zum Beispiel im Schulgebäude veröffentlicht oder auch an die ansässige Presse weitergibt, liegt in der eigenen Entscheidung und Verantwortung der Schule. Wichtig ist, dass dies nicht vor dem Wahlsonntag um 18 Uhr geschieht, da, wie bereits erläutert, die Organisatoren von den Innenministerien der Länder dazu angehalten sind. Weiterhin ist in dem Ergebnispaket auch ein Hinweiszettel mit einem personalisierten Link Bogen im Internet ermöglicht. Wir wären Ihnen überaus dankbar, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen würden, um uns eine Rückmeldung zu Ihrer Juniorwahl und dem Projekt insgesamt zu geben, damit auch wir lernen und die Juniorwahl stetig weiterentwickeln können. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesen Informationen gut auf die Juniorwahl vorbereiten konnten. Für weitere Fragen ist eine Telefonnummer geschaltet, bei der wir tagsüber jederzeit erreichbar sind. Diese Telefonnummer ist die 0180 1234 0180, die bundesweit zum Ortstarif erreichbar ist. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfestellungen benötigen sollten, wenn Sie Fragen zu den Unterrichtsmaterialien oder den Wahlunterlagen haben oder wenn es spezielle Anforderungen in Ihrem Schulalltag gibt. Ihre Schule wird individuell in einer Datenbank geführt und es kann sehr flexibel und kurzfristig auf die Bedürfnisse Ihrer Schule reagiert werden. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an kontakt at junior wahl punkt de In jedem Fall wünschen die Organisatoren allen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern viel Freude bei der Umsetzung der Junior Wahl und möchten Ihnen ausdrücklich für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung danken. Viel Spaß, vielen Dank und bis bald! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.